Sie haben Ihren Zielort erreicht. Lass dich einfach zurückfallen. Dann kannst du dich hinter dir einordnen. Schönen Tag. 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 Gehst du jetzt mit Absicht langsam? Ach Leute, nee. Du solltest hier nicht Sorgen um mich machen, sondern um den anderen. Dema ist jetzt so wenig freundlich. Schade. Doch, jetzt noch eins. Echt, wie viel euer Bild? Oh, wer fahrtet er eigentlich? Der hat doch Vorfahrt. Verdammt. Jetzt hat er natürlich keine Vorfahrt mehr. Da steht aber kein Schild. Guck mal, jetzt reg' ich mich auch nicht auf. Du sollst sagen, ey, reg' sich ja so viel auf. Taube! Oh Gott, ist das eine dumme Taube, ey. Mein Wesen. Ein Video mal kurz erklären, weil da will ich jetzt nicht zu viel schreiben. Also, ich blinke zuerst rechts, dann ändere ich mich mal in meine Meile und dann blinke ich links. Und in dem Moment, wo ich links blinke, vielleicht von, ich glaube von einem oder von einem zwei, ich hab's ja vielleicht von einem Auto auf jeden Fall überholt. Das ist natürlich sehr gefährlich. Ich meine, da hat er ja natürlich auch nicht mitgerechnet. Da hat er jetzt gedacht, äh, oder vielleicht hat er überhaupt nicht...